FC Turngoali Andi Hirtzl gegen FC Will haben wir lange dominant gespielt und auch gut und trotzdem hat es einfach einen Punkt gegeben. Was denkst du, was braucht es noch, damit wir solche Matchen gewinnen können? Ja, ich sehe es gleich wie du. Wir haben von Anfang an einen dominanten Auftritt gezeigt und man hat gemerkt, dass wir eine Reaktion zeigen wollen nach dem Winterthur-Spiel. Und es hat von der Einstellung gestimmt, es hat von den Zweikämpfen gestimmt. Und ja, am Schluss wurde es leider nur ein Unentschieden, obwohl wir natürlich alle einen Sieg haben wollen. Es sind kleine Sachen, die dann entscheiden in so einem Spiel. Ja, wenn du eine Chance machst oder hinten nicht gleich 1-1 rüberkommst, nach der Führung. Ja, ich hatte das Gefühl, man will den Sieg, wir haben alles eingerührt. Es hat jetzt nicht ganz gelangt, aber es ist sicher eine gute Reaktion auf das letzte Spiel, das wir hatten. Das gewähnte Glück, das vielleicht noch gefällt, vielleicht auch noch, was man dann eben im nächsten Spiel vielleicht auch erzwingen kann. Jetzt hat man das Douglas an Ausschiesse, es ist der erste Heim-Match seit über einem Monat. Wie fest freust du dich darauf? Ja, sehr. Also, auch wenn es jetzt unter den Wochen ist und ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass viele Zuschauer kommen. Am Abend spielen ist immer schön, flutlicht. Ja, ich freue mich einfach auf das Spiel wieder zu Hause zu spielen, mit unseren Fans, mit Fieber, die uns anführen. Und ja, unser Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir den Fans jetzt auch nach der langen Zeit, die sie da im Stadion waren, dass wir ihnen Sieg schenken können, auf jeden Fall. Das Dallas an Uschi, ein Gegner, der immer so schwierig einzuschätzen ist. Letztes Jahr extrem gut war, starker Gegner, auch dieses Jahr nicht schlecht gestartet. Wie schätzt du die Wattländer ein? Ja, sicher eine gute Mannschaft. Also, es sind schon letzte Saison technisch, spielerisch eine sehr gute Mannschaft gewesen. Wir haben in der Vorrunde gespielt, da haben wir ein gutes Spiel zeigen und gewinnen. Die Meisterschaft ist nochmals etwas anderes. Ich denke, wir haben unsere Qualität, wir werden uns richtig darauf vorbereiten und wenn wir mit der richtigen Mentalität und der richtigen Einstellung in das Spiel gehen, dann können wir das auf jeden Fall positiv gestalten, dieses Spiel. Wir haben auch noch einen neuen Spieler von Dallas an Uschi, Roland Ndongo. Hat er schon ein paar Tipps gegeben, wie man den ehemaligen Klub schlagen kann? Ja, jetzt, Tipps hat er noch keine gegeben. Klar hat man sich ein bisschen unterhalten, wie es dann war. Aber ich denke, sie haben auch einen neuen Trainer bekommen auf diese Saison. Ja, ein paar Abgänge, ein paar Zugänge. Da wird sich einiges geändert haben. Aber natürlich wird es für ihn noch ein bisschen spezielles Spiel. Und natürlich wäre es schön, wie wir das auch für ihn machen und einen Sieg holen können.